Hallo Slurps und willkommen zurück zu... Staddle Valley! Es war gestern so ungewohnt, ohne... ohne meinen Kristall aufzuwachen. Leben vom Land. Wenn du ausgewachsene Tiere auf dem Hof und genügend Platz hast, dann ist es gut möglich, dass eines eurer Tiere Nachwuchs bekommt. Behalte das immer im Hinterkopf. Ja, will ich ja auch. Guten Morgen, Frau. Ich werde heute die Stadt besuchen und später in der Kneipe aushelfen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Kuss. Das macht mein Sohn. Denn schläft. Okay, heute ist Eis fischen, oder? Mein Kind, hier ist das Rezept, das ich und mein Papa immer benutzt haben. Das hier beim Kochen zeigt Pam. Nice, danke. Ich weiß nicht, geht mal hier rein. Ich bin so voll beladen. Ich wollte doch eigentlich heute in die Wüste. Aber ich dachte, heute ist Eis fischen dran. Ah, wird mir das im Kalender angezeigt. Nicht, dass gestern Eis fischen war, und ich es vertan habe, weil es auf der Insel war. Nee, heute ist Eis fischen. Fest des Eises. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal nach den Tieren. Guten Morgen, ihr alle. Zack, zack, zack. Wir machen erst mal das hier rein. Und das hier rein. Super. Super. Einen guten Morgen gesagt. Dann geht's zu den Hühnern. Wenn wir noch alle am Schlafen. Zack, 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 zack. Wie lange braucht denn dieses Ei zum Ausbrüten? Das ist ein Dinosaurier-Slap. 65 Millionen Jahre. Achso. Dann lasse ich das Spiel wohl mal ein bisschen im Hintergrund laufen. Zack. Ziegen. Achso, nee, die Ziegenmilch kann ich auch noch machen. Ahaha. Dachtest du, du kannst mich austricksen? Was? So. Ähm, was gibt's noch zu kontrollieren? Was macht meine uralten Früchte? Nix. Die könnte ich eigentlich auch mal ernten. Könnte, könnte. Hier sieht eigentlich alles gut aus. Das könnte ich mal alles fällen. Das wäre, glaube ich, ganz smart. Das Fest des Eises hat begonnen. Ja, ich komme. Ich komme. Wann wollte ich noch in die Wüste? Hm. Mal sehen, ob sich das verbinden lässt. Das geht ja, glaube ich, nur bis 14 Uhr, das Fest, oder? Das ist dann wieder so ein Fest. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern aus letztem Jahr. Das ist dann wieder so ein Fest, dass man dann abends erst wieder nach Hause kommt. Das fände ich gar nicht so cool, um ehrlich zu sein. Na gut, mal schauen. Ich mache heute beim Eisfischen mit. Warum nicht? Aber Willi ist kaum zu schlagen. Abwarten. Oh Eis, ein wunderschönes Material für Skulpturen, aber so vergänglich. Aber wenn du mich fragst, macht das die Kunst noch besser. Ich liebe ja dieses Banksy-Gemälde, was dann geschreddert wurde nach der Auktion. Tut mir leid, aber diese Eiszint verlangen meine volle Aufmerksamkeit. Verstehe ich. Und diese Birne ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und das ist eine Kartoffel. Ich hätte gesagt, das ist eine Birne. Ich mag den Winter. Es ist zufriedlich. Der Wald sieht im Winter wunderschön aus, nicht? Wie läuft der Winter für dich bisher, Slurp? Kalt? Nee, mir wird nie kalt. Es gibt immer diesen einen, der auch immer bei dem Schulhof läuft. Egal bei welchem Wetter. Kurze Hose, T-Shirt. Hey Slurp, machst du beim Eisfischen mit? Oh, ich nicht. Ich habe keine Ahnung vom Angeln. Die habe ich schon. Baum des Wintersterns. Oh, das ist ja ein schönes Bild. Das Problem ist, wenn ich mir das jetzt kaufe, ist das auch in meiner Möbelkatalog. Ich kaufe mir das jetzt trotzdem. Nicht, dass ich das verpasse. Aber es wäre wahrscheinlich auch in meinem Katalog gewesen. Die Kürbissuppe ist cool für Glück. Die nehme ich auch mit, da muss ich sie nicht kochen. Der Baum des Wintersterns. Ich bin ja leider kein Fan von Weihnachtsbäumen. Ich mag die nicht so. Ich finde das so ein bisschen... Also ich verstehe die Schönheit dahinter. So ist es nicht, aber... So einen Baum fällen, sich den ins Wohnzimmer stellen, dass er dann fünf Tage lang vergammelt. Also ist jetzt sehr, sehr, sehr überspitzt dargestellt. Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Äh, mir tun all die armen Frieren und Tiere da draußen leid. Extreme Temperaturen können deinen Körper sehr belasten, also zieh dich warm an. Oh, und vergnüge dich auf dem Fest. Tut mir leid, dass es kein Essen gibt. Dulde dich bis zum Fest des Wintersterns. Du wirst tagelang vollgefressen sein. Das ist generell das Ziel auf jedem Fest. Hey Slurp, bereit für das Eis fischen? Ähm, als habe ich noch nicht mit einem geredet. Aber komm, ich mache es trotzdem. Das will ich hören. Weißt du was? Ich hätte vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Hä? Kann ich jetzt Eis fischen? Ich habe doch gesagt, ja. Aber muss wahrscheinlich mit Louis reden. Der Schnee ist so kalt, dass ich meine Finger nicht mehr fühlen kann. Was hältst du von meinem Schnee... Dingens? Sehr schön geworden. Sehr anmutig, ein bisschen wie eine Ballerina. Ich bin nicht zündlich kreativ, was Schneemänner betrifft. Sieht man. Aber trotzdem schön. Muss ja nicht immer kreativ sein, um schön zu sein. Hm, was für eine Art Schneemann sollen wir machen? Einen klassischen Karotten-Nase-Zylinder-Schall. Etwas Abgefahrenes. Eis an den Händen, Kiefern-Zapfen für die Augen. Okay, das klingt lustig. Ich will ihm eine Karotten-Nase verpassen. Wow, dieser Schneemann muss echt überarbeitet werden. Von wem ist er? Stimmt von Clint. Emily hilft mir ganz ohne Anlass. Bedeutet das etwas... Rudi ist meine Ehefrau. Es bedeutet höchstens, dass sie dich mag. Freundschaftlich. Hoffe ich. Hoffe ich, Emily. Dieses Mal gewinne ich beim Eis fischen. Willi zu schlagen könnte aber ein Problem werden. Er macht ja sonst nichts anderes. Schneemänner sind okay, denke ich. Aber ich freue mich hauptsächlich auf den Frühling. Winter ist nicht nur schlecht. Um Schnee zu spielen, kann lustig sein. Okay. Hier nochmal Winzen drehen. Ich habe einen riesigen Fisch da unten gesehen. Das ist tatsächlich von der Geografie wäre hier schon der Fluss, oder? Das passt schon. Ich habe mich nämlich gefragt, wo denn dieses Eisbecken ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Weil es müsste eigentlich der Fluss hier sein, der zugefroren ist. Aber ich bin mir echt gerade nicht sicher, ob hier nicht normalerweise noch Land ist. und da die das einfach überlegt haben mit diesem Eissee. Aber egal. Das ist ein Spiel. Wir kommen zum Fest des Eises. Das heutige Highlight ist das Eis fischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet und mit Fischen gefüllt. Lass es mich wissen, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Ich bin bereit. Los geht's. Okay, alle zusammen. Lasst uns das diesjährige Eis fischen beginnen. Kandidaten, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in zwei Minuten mit den bereitgestellten Angeln zu fangeln. Ihr müsst eure Fische hier aus diesen Eislöchern angeln. Gut, sind alle bereit? Los! Es ist so fies, dass die anderen schon an dem Loch stehen. Na komm schon, schneller, 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 schneller. Ich brauchst du ne Angel, die schneller mit den grünen Balken rechts hoch macht. Oh, Fisch, 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 Fisch. Fisch, Fisch. Fisch. Fisch hat auch eingefangen. Willi hat eingefangen. Easy. Nächster Fisch. Kann mal keine Müdigkeit. Es geht hier um einen Sieg. Wrei sein ist alles, Fisch. Ja, aber gewinnen ist noch mehr als alles. Wow, geiler Spruch, was? Ah, beißt an, Fische. Nein! Gerade jede Sekunde zählt. Das scheint jetzt schon echt, wenn ich Nein schreie und alle Fische verscheucht. Die beiden habe ich gar nicht gesehen auf dem Leben jetzt beim Umlaufen. Ich habe mir wohl nicht genug alles angeschaut. Ach, komm schon, ich will keine Algen, ich will Fische. Beißt an. Oh nein. Wechselt das Loch. Nein, 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 nein. Nein, was machst du denn? Oh, bitte, 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 bitte. Diese Algen, ey, die haben mich echt, die haben meinen Flow zerstört. Wow, das sind eine ganze Menge Fische. Dieser Geruch. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eis-Fischens. Frischer Fisch riecht nicht, Louis. Alter Fisch riecht, frischer Fisch nicht. Slurp mit fünf großen schleimigen Fischen. Whoop. Nice. Hier ist dein Preis. Viel Spaß damit. Damit ist das Fest des Eises beendet. Danke für eure Teilnahme. Lasst uns jetzt so diese armen Fische freilassen. Das ist lieb. Ich habe mich gerade schon gefragt, was mit denen passiert. Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Nur mal ab nach Hause. Ja, es ist schon später wieder. Na gut. Diamant raus. Ich könnte trotzdem die letzte Zeit noch nutzen, um ein bisschen mein Lager weiter zu sortieren. Und dann gehe ich morgen in die Wüste. Weg, weg, weg. Gut. Das ist echt, dass das Lager hier steht. Ich weiß noch nicht, ob das klug ist. Das ist halt echt weit weg von meinem bisherigen Arbeitsplatz. Was ist hier unten drin? Die Teile. Was ist hier drin? Da könnte ich doch auch schon mal eine Kiste machen. Mit, äh... Was ist denn, wie nennt man das denn? Herstellung? So eine Herstellungskiste? Rekorkiste? Böden? Einfach Böden und anderes? Ich glaube, wir machen das... Nein, falsche Kiste. Dann kommt mal alle mit. Zack. Ähm... Hier kommt mit. Das kommt mit. Ja, das kommt... Ah, ist voll okay. Oha, welches... Welches Symbol mache ich dafür? Vielleicht einfach hier die... Ne, das ist nicht schön genug. Hier, der rustikale Boden. Ha, das sieht doch cool aus. Okay. Ähm, wo sind meine Steinkisten? Da. Und ich glaube, die Farbe ist dran. Ne. Tatsächlich schwarz ist schon dran. Raceless. Rein, rein. Rein, rein, rein. Okay. Wie cool, wenn... Ich bin total... Das würde mich total verwirren, wenn hier nichts mehr ist. Das weiß ich jetzt schon. Das wird einfach... Äh, wo sind meine Böden? Äh! Ich glaube, so in etwa wird es ablaufen. Ähm... Und hier die... Ach, ich... Ne, die Werkzeuge könnte ich auch eine neue Kiste machen. Können wir mal die Werkzeuge... Nein. Huch. Ähm... Das sieht doch schön aus. Hier die... Diese Medizinschere. Ein... Ein... Ah! Ah! Zählt das zu Werkzeug? Ne, das würde ich hier reinschmeißen. Okay. Okay. Dann habe ich noch meinen Teppich. Und das Bild. Oh, das Bild ist echt schön. Ich habe zu Hause auch so ein Bild. Ich habe mal in dem Spiel Sifu... Äh... Da gibt es so ein Museum, wo man reingehen kann. Und da habe ich ein Bild gesehen, das an der Wand hängt. Das hat mir mega gut gefallen. Das waren auch einfach nur Blautöne. Und da habe ich einen Screenshot davon gemacht. Und es mir gedruckt. Und das hängt jetzt zu Hause. Ach, ein bisschen lächerlich. Aber... Das Bild ist halt echt schön. Da kann ich ihn aber anders entsetzen. Kann ich ihn... Da, perfekt. Ich habe noch die Matrosenkappe. Äh... In die Kommode. Zack. Perfekt. Und ins Bett. Richtig viel Geld verdient. Jetzt geht es in die Wüste. Und dann... Schauen wir, wie das Rätsel weitergeht. Erstmal gucken wir natürlich nach unseren Tieren. Nix. In dem Dastus ist es für dich. Cool. Dankeschön. Was macht mein Kind? Immer noch schlafen. Das ist okay. Und... Slurp. Ich habe letztens eine Felsstudie durchgeführt in dieses Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest es genauso interessant wie ich. Ein Amethyst. Amethyst. Slurp. Niemand spricht das so aus. Doch. Ich. Okay. Ähm... Die muss noch in der Kiste. Die habe ich eben übersehen. Wir gucken erst mal nach den Tieren. Guten Morgen, ihr alle. Und runter. Oh, hier. Cool. Ah, und sieh. Und das Ei brütet immer nach. Uff, das war aber wenig Ausbeute. An Eiern. Oder? Wird ich mir das ein? Nö. Alles korrekt. Die Ente hat nichts abgeworfen. Na gut. Ähm. Dann werden wir hier fertig. Einmal Schüssel verkaufen. Äh. Hebe ich das auf? Jetzt hebe ich das Kochen auf. Ich muss unbedingt mal wieder mehr kochen. Muss ich das irgendwo hier reinschmeißen? Oh, war sogar die richtige Kiste. Totally calculated. Ähm. Hier kommst du mal hier rein. Hier rein. Wann bin ich denn so voll beladen? Das möchte ich nicht. Und das hier oben gefällt mir immer weniger. Das ist einfach so ein Durcheinander an verschiedenen Gerätschaften, die ich so gut wie nie benutze. Naja, muss ich womit leben. Erstmal. Ähm. Was ist hier unten drin? Die Kiste kann ja dann eigentlich auch weg. Weil die Trauben kann ich oben. Ähm. In das Lager schmeißen, wo meine ganzen Fässer sind. Sehr gut. Davon kann ich auch mal wieder noch mehr herstellen. Das könnte ich gerade mal machen. Miau. Ähm. Hier, wie viel kann ich denn herstellen? Fünf Stück, dann mache ich das doch gerade. War das klug? Ja, war klug. Äh, was machen meine uralten Früchte? Kann man mal kurz checken. Nix. Sehr, sehr gut. Wie sieht's? Ich will nicht in die Höhle gucken. Da sieht's bestimmt viel zu ordentlich aus. Hier könnte ich tatsächlich wieder eins hinstellen. Weil. Ich warte, ich befülle die jetzt erst wieder, wenn die wieder durch sind. Ich will das immer so in einem Aufrutsch machen. Weil die, das Fass hier oben, kann ich auch von der Seite aus befüllen. Dark. Ah, diese Musik, die verdoppelt sich manchmal. Das ist anstrengend. Ich glaube, das liegt an meiner Jukebox, oder? Nee, liegt's nicht. Dann ist es vielleicht in dem Lied selbst. Okay. Ähm, die kann auch da rüber. Du kommst hier rüber, irgendetwas an dieser Statue ist verstörend. Ja, ich weiß doch noch gar nicht. Wann habt ihr gesagt, ich kann die aufstellen, wenn ich den Schleim? Den Schleimstall habe? Und was ist eigentlich mit diesen ganzen Hexenstatuen, die ich gefunden habe? Denen konnte ich auch noch gar nichts anfangen. Denen sollte ich auch noch mal ein bisschen Energie widmen, dass ich da mal vorbeischaue. Okay. Aber jetzt geht's erstmal in die Wüste. Bevor ich das auch vergesse, ich hole die Regenwürmerfeuer hier noch aus dem Boden. Hm, sart. Los, Pam! Noch mehr Regenwürmer. Uch, Palmenfusier. Was weiß ich, das habe ich auch schon abgegeben. Ja. Noch mehr Regenwürmer. Oh, das ist aber neu. Nein. Eine gruselige goldene Maske, die vermutlich im einstigen magischen Ritual genutzt wurde. Ein Sockel in der Stirn hält einen großen violetten Edelstein. Brauche ich die für was anderes? Ich heb die mal auf. Oh, ein Hunde. Eine Rose aus dem Stardew Valley? Das ist so schön, danke. Immer wenn ich das Tal vermisse, werde ich an dieser Rose riechen. Hehe. Hier, er nimmt das. Oh, das ist aber ein verführerlicher Blick. Hier, er nimmt das. Es steht seit 10 Jahren im Regal und niemand hat es gekauft. Du kannst es haben. Erweiterte TV-Bedienung. TV-Fernbedienung. Okay. Sie hat mehr Tasten als eine normale Fernbedienung. Perfekt für den begeisterten TV-Zuschauer. Äh, George! Ähm, Kaktussaat, bla bla bla. Saisonpflanze, T-Shirt. Das habe ich alles schon. Wandleuchte. Hä? Ich kaufe jetzt die ganze Zeit Kram? Obwohl ich den Möbelkatalog habe. Ist auch so dumm. Ich bringe das mal zu George. Der liebt Fernsehen. Der guckt zumindest den ganzen Tag Fernsehen. Nur wenn man etwas den ganzen Tag macht, heißt das nicht, dass man es liebt. Muss man ja auch mal differenzieren. Ähm. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass George gerne Fernsehen schaut. Würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen. Zwischensequenz. Oh, Harvey. Macht er seine Routineuntersuchung? Okay, George. Atme einmal bitte tief für mich ein. Hm. Dreh dich um, bitte. George, ich muss ehrlich mit dir sein. Du solltest dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst. Ich empfehle dir, deine Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Hm. Ich weiß selbst, was das Beste für mich ist. Bei wen hältst du dich mir hier, so irgendwelche Vorschriften zu machen? Ich bin dein Arzt, George. So ist es nun einmal. Und ich habe acht Jahre studiert und gelernt, wie mein Menschen hilft, gesund zu bleiben. Oh. Tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein. Diese Untersuchungen sind privat. Nicht so schnell. Ich hätte gerne eine zweite Meinung von diesem jungen Mann. Ah, ich habe da gerade so ein bisschen das... So, warum untergraben wir die ganze Zeit, und das passiert wirklich häufig, Expertenmeinungen und holen dann Meinungen von Laien ein. Und weil die uns persönlich besser gefallen, hören wir auf die Laienmeinungen. Und mit Laien meine ich oft Leute, die gar keine Ahnung von dem Thema haben. Das ist so... Ja, aber... Äh, der und der hat gesagt... Ich erfinde jetzt was. Man muss keine Steuern zahlen. Dann mache ich das jetzt auch nicht. Hä? Ein dummes Beispiel gewesen, aber... Vielleicht wisst ihr, worauf ich hinaus will. Äh, sowas ärgert mich, wenn ich das mitbekomme. Slurp, was denkst du, was George tun soll? George sollte Dr. Harvey's Rat folgen. Danke. Danke, Slurp. Siehst du, George, ich versuche nur, dir zu helfen. Hm. In Ordnung. Ich werde auf dich hören. Danke für deine Hilfe, Slurp. Ich weiß, das zu schätzen. Ich meine damit übrigens nicht, dass man nicht kritisch an Sachen herangehen soll. Und wenn man was hört, sollte man das kritisch überprüfen. Das, was George gerade gemacht hat, war aber keine kritische Überprüfung, sondern er wollte, dass ich ihm sage, dass er machen kann, was er will. Und das ist keine kritische Hinterfragung der Dinge. So, genug, äh, granted. Was ist das? Hm. Also drückst du zuerst diesen Knopf? Was macht dieser Knopf? Hm, Krommel. Hehe. Nun, was sagt man dazu? Es ist ein neuer Kanal. Hier, nimm das. Das ist ein Stein, den ich fand, als ich früher im Bergbau arbeitete. Uh, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja spannend. Komische Sache. Er leuchtete blau und blieb über 40 Jahre lang kalt. Wie Magie. Arktische Scherbe. Spannend. Bring ich mal zu Rasmudius, hm? Ich könnte aber hier nochmal Sachen verschenken. Danke. Schock. Das ist absolut fabelhaft. Ich glaube, geht euch die Welt und verschenkt Reichtum. Wie Mr. Beast. Ähm. Ähm. Rasmudius. Und Mülltonnen durchwühlen. Diamanten verschenken und Mülltonnen durchwühlen. Das ist eigentlich auch ein schöner Buchtitel. So, jetzt kann ich gerade mal gucken. Die haben echt auch die ganzen Bäume hier weggemacht. Nee, nee. Das war noch auf dem Festland, wo dieser See war. Hm. Einmal den Weg freimachen. Vielen Dank. Ah, ein arktischer Splitter. Eine in der Tat äußerst kraftvolle Substanz und stark mit dem Element Eis durchdrungen. Ich nehme es, wenn es dir nichts ausmacht. Ähm. Du bist immer noch hier. Oh. Willst du etwas? Nimm dies. Zappelnder Wurm. Willi. Mein Dank. Dieser Gegenstand hat einige interessante Eigenschaften. Auf zu Willi. Ich hätte mein Pferd mitnehmen sollen. Aber das denke ich mir immer, wenn ich schon halb unterwegs bin. Ich bin übrigens nächstes Wochenende in London. Ja, habt ihr irgendwelche Empfehlungen, was man so in London alles entdecken kann? Ich war noch nie in London. Äh. So irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man sich unbedingt anschauen sollte. Irgendwelche coolen Geheimtipps. Würde mich mal interessieren. Dö, 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 dö. Ähm. Willi. Da wollte ich hin. Oh, hier ist ein neuer Auftrag auch. Ah, das hätte ich gestern schon. Ich suche einen extrem seltenen mächtigen Schleim. Schon wieder der Ektoplasma-Schleim. Ich möchte mit der tropischen Küche experimentieren. Aber es ist schwierig, Zutaten zu finden. Wenn jemand 100 Ingwer liefern könnte, wäre das eine enorme Hilfe. Boah. Das ist viel. Und da ich da noch nichts anbaue, ist es noch schwieriger. Ich nehme nochmal den Schleim. Und gucke mal, ob ich den dann vielleicht morgen oder sowas in der Höhle finde. Aber diesen Schleim, der beschäftigt mich ja echt schon lange. Na gut. Willi, du bist zum Glück hier. Ah, das ist der perfekte Köder für einen Wels, den ich versucht habe zu fangen. Hier, ich tausche ihn mit dir. Ich bin nicht sicher, was es ist, aber er wurde vor nicht allzu langer Zeit am Strand angespült. Irgendetwas sagt mir, dass du ihn gebrauchen könntest, Junge. Piratmedaillon. Ist das jetzt schon für die... Es ist ein altes Piraten-Andenken. Boah, ich will das jetzt wissen. Ist das jetzt schon für die... Oh, wie heißt sie? Entschuldigung. Äh, die Ehefrau des Piraten. Birdies Ehemann. Das ist das doch. Lauf richtig, oder? Ja, hier ist meine Hütte. Ah, ist das schon... Ist das schon mal ein fertiger Ingwer? Ne, das war gar kein Ingwer. Was habe ich denn angepflanzt? Hier ist Ingwer. Da wächst die Palme. Oh, hier ist Birdie. Tatsächlich. Es ist sein... Hey. Es hat immer noch seinen Geruch nach all den Jahren. Obwohl es die ganze Zeit im Ozean war. Respekt. Diesen vertrauten, fauligen Gestank. Schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Danke, Slap. Oh, das Gesicht war perfekt. Weißt du, es war ein einsames Leben hier, Kind. Aber ich bereue es überhaupt nicht. Ich mache das Richtige für meinen alten Herrn. Und wir werden bald wieder zusammen sein. Hehe. Erst weg, du solltest dein Leben leben. Das ist ehrenvoll. Erst weg, du solltest dein Leben leben. Ich weiß nicht. Sowas kann man vielleicht sagen, wenn die Person... Keine Ahnung. Aber die Birdie wartet seit Jahren oder Jahrzehnten, weiß man ja nicht, auf ihren Mann. Oder hat sich damit abgefunden, dass er gestorben ist und wartet auf ihn quasi noch in Gedanken. Und dem dann jetzt zu sagen, so nach, keine Ahnung, 20 Jahren. So, das war Quatsch, was du gemacht hast. Wie traumatisierend ist das denn? Das ist ehrenvoll. Du besitzt große Weisheit, Kind. Und du hast mir meinen Frieden gebracht. Dieses Medaillon wird mich für den Rest meiner Tage trösten. Nun, wie kann ich mich bei dir dafür revanchieren? Oh, wie wäre es, wenn ich dir ein spezielles Rezept beibringe? Etwas, das ich in den vielen Jahren, die ich hier verbracht habe, entdeckt habe. Wir lernen, Feenstaub herzustellen. Uh, was ist denn Feenstaub? Die kannst du auch mitnehmen. Uh. Obwohl du ein Fremder bist, hast du dich bemüht, einer alten Dame zu helfen. Gnade dir. Ja, krass. Wenn du dir jemals mulmig im Magen wirst, merkt der ein bisschen, Ingwer wirkt Wunder. Ähm. Was macht Feenstaub? Lebenselixier, Knoblauch-Elixier. Das ist halt auch stark hier, ne? Ich ignoriere so viele Rezepte einfach. Danke, dass ihr trotzdem Zeit mit mir verbringen wollt. Feenstaub, ein Diamant und Feenrose. Sprenkel auf Fässeröfen und andere Raffinerieausrüstung, damit sie ihr Produkt sofort erhalten. Ah, okay. Ja, spannend, aber auch nicht notwendig. Okay. Kann ich Ingwer eigentlich einpflanzen? Ich brauche wahrscheinlich Ingwer-Samen. Ich kann ja nicht einfach in den Boden stecken. Nehme ich mal an. Probier's trotzdem. So, hier, Knolle. Ne, geht nicht. Dann machen wir hier noch kurz die Steine weg. Vielleicht finden wir trotzdem noch ein paar waldene Walnüsse. Äh, gehe ich hier lang oder da oben lang? Was war hier oben? Sachen, die ich mir so schlecht merken kann. Geografische Lagen. Hier ist der Express. Hier sind die Tiger-Schleims. Schleime, Schleims. Schleimäuel. Wollt's denn griechisch, glaube ich, heißen? Aua. Aua. Die sind hart. Die sind hart. Ich muss echt mein Schwert mal verzaubern. Hier gibt's eh nichts mehr. Ich muss nur rausfinden, wie man verzaubern kann. Aber ich glaube, das wäre schon ein großer Gewinn. Wenn ich ein Schwert habe, das irgendwie noch stärker ist. Ich glaube, wir fahren einfach mal nach Hause. Was war hier? Der Badeort war hier. Oh. Ne, ich will die Angel jetzt nicht auswerfen. Ja, aber cool, dass wir die Quest mit Birdie abgeschlossen haben. Dann können wir vielleicht echt morgen nach dem Schleim gucken. Nach dem Ectoplasma. Wahrscheinlich vergesse ich das wieder. Aber vielleicht könnt ihr mich ja kurz dran erinnern. Das wäre großartig. Dann einmal zurück. Kurz die Taschen leer machen, sortieren. Und ins Bett gehen. Klingt für mich nach einem sehr guten Plan. Ich muss ja nochmal versuchen, dieses Spiel mit der Lore zu spielen. Wie hieß das denn? Aber diesmal mit Controller. Das macht's bestimmt auch nochmal einfacher. Soll ich vielleicht auch nochmal im Winter ausprobieren. Ähm. Erstmal die Taschen leeren, sortieren. Artefakte kommen hier rein. Zack, zack. Okay. Ähm. Hier könnte ich die reinmachen. Sammeln. Saat sammeln. Ach, was? Vielleicht hätte ich auch so die Kisten sortieren sollen, nachdem, wie die Sachen benannt sind. Hm. Nee, das war ja... Nee, das macht es aber nicht rückgängig. Ich würde es einfach in die Kiste daneben schmeißen sollen. Ähm. Ja, ich... Die Reptitsachen hebe ich mal auf. Die kommen in den Kühlschrank, die ich auch mal unbedingt sortieren muss. Ähm. Das war auch die richtige Kiste. Manchmal habe ich echt Glück. Das ist ja cool, dass man die hinter die Schränke machen kann. Jetzt brauche ich noch so eine zweite eigentlich daneben. Das nervt mich ein bisschen, dass es unsymmetrisch ist. Aber auch nicht... ...übermäßig. Na gut, ich denke, wir gehen einfach mal ans Bett. Und gut ist. Ja, aber cool, dass wir Birdies Andenken gefunden haben. Das hat uns doch schon ein bisschen weitergebracht. Nice, nice, nice. Nice. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.